Willkommen ihr Windelträger da draußen! Es ist Zeit für einen neuen Praxistest und zwar von Tücables, in diesem Video schauen wir uns die Unicorn-Windel genauer an. Ich habe sie in den letzten Tagen ausführlich getestet, wie gut sie abgeschnitten hat, erfahrt ihr im Verlauf des Videos. Bei der Packung folgt der Hersteller dem aktuellen Trend, diese nicht mehr durchsichtig zu halten, sondern ebenfalls bunt zu bedrucken. Zumindest bis auf den vorderen Bereich, dort ist ein Teil weiterhin transparent und erlaubt einen Blick auf die darin enthaltenen Windeln. Wie man beim Name und auch der Gestaltung der Packung schon vermuten kann, ist der Fokus auf Einhörner. Also Fabelwesen, die gerne knallig bunt zusammen mit Regenbogen zu sehen sind. Einer davon ist auf der Klebefläche vorne abgebildet zusammen mit drei Einhörnern in unterschiedlichen Farben. Nach einer bunten Trennlinie geht es mit Sternen weiter, die nicht nur Teil des Motivs sind, sondern eine spezielle Funktion haben, das zeige ich euch gleich noch genauer. An den Seiten geht es mit Pink weiter. Das war Tückables anscheinend noch nicht knallig genug, weil zusätzlich blaue Punkte auf das Punk gedruckt wurden und die Windel oben am Bauch sowie hinten über dem Po noch nochmal von einem senkrecht gestreiften Band umschmückt wurde. Hinten am Po wurde das Motiv umgekehrt. Die Einhörner sind auf einem größeren Regenbogen zu sehen, der mit zwei Wolken zu den geheimnisvollen Sternen überleitet. Dazu sind die Motive noch mit einem Rahmen aus Blau und Gelb umkreist. Im Inneren haben wir den von ABDL-Windeln her gewohnt hohen Auslaufschutz. Optisch ist klar, diese Windel richtet sich an diejenigen unter euch, die es knallig bunt mögen und entweder eine Vorliebe für Pink haben. Oder sich zumindest nicht daran stören, dass ein erheblicher Teil in knackigem Rosa gefärbt wurde. Um sie sicher zu verschließen, kommen Kleber aus Klettverschluss zum Einsatz, wie bei der gesamten Marke. Die Platzierung finde ich etwas ungünstig, selbst wenn man den oberen Kleber ganz oben am Beginn der Klebefläche platziert, wäre mir unten etwas mehr Raum lieb gewesen. Wenn sich die Windel langsam füllt, könnt ihr von außen eine Veränderung sehen. Die Sterne sind aus wasserlöslicher Farbe und bleichen aus, wenn sie nass werden, man sieht sie dann nur noch ganz schwach oder gar nicht mehr. Tückables hat darin also einen Nässeindikator versteckt. Hier könnt ihr es im direkten Vergleich einer vollen mit einer frischen Windel besonders gut sehen. Die unbenutzte Windel bringt 229 Gramm auf die Waage. Bei meinem Test einer gesamten Packung erreichte die schwerste Windel ein Gewicht von fast 2 Kilogramm, beides Werte, die sich sehen lassen können. Das volle Gewicht ist kein Rekord, aber trotzdem im oberen Mittelfeld der bisher getesteten Windeln. Leer liegt sie sogar noch weiter vorne. Man spürt sie auch frisch deutlich zwischen den Beinen, was von Tückables ausdrücklich so gewollt ist. Sie schneiden ihre Windeln bewusst breit, was zum einen für ein sicheres Tragegefühl, aber auch für eine gute Saugleistung sorgt. Ich habe mehrere Windeln getragen und keine lag am Ende deutlich unter den knapp 2 Kilo. Wie sieht es mit dem Preis aus? Für eine Packung mit 10 Stück habe ich 28,90 Euro gezahlt. Das Komma zu verschieben reicht also, um den Stückpreis von 2,89 Euro herauszufinden. Das ist für ABDL-Windeln in einem normalen Bereich, insbesondere die mit Klett sind meist etwas teurer als mit Plastikklebern und überschreiten teilweise die 3 Euro Marke. Beim Tragegefühl hat mir die Tückables sehr gut gefallen. Ein kleines Manko bleiben zwar die Kleber, doch daran kann man sich einigermaßen gewöhnen, die Windel hält trotzdem sicher. Die restliche Passform am Körper selbst war dagegen besser. Sie passt sich gut der Form an, ohne dass man die Windel kneten muss, wie es bei Krinkels beispielsweise durch das starke in die Packung pressen der Fall ist. Als Außenmaterial wird Plastikfolie verwendet, sie ist sehr weich und fühlt sich auf der gesamten Fläche gut an. Eine bequeme Windel, die sich in Größe M keine größeren Ausreißer leistet, die mir beim Test negativ aufgefallen sind. Positiv ist dafür der Nässeindikator aufgefallen, bei medizinischen Produkten ist das üblich, aber bei ABDL-Windeln sieht man so etwas selten. Noch seltener ist er ins Design eingebunden. Denkt an die Abutini-Teils aus meinem letzten Praxistest, dort hat man den Streifen zur Nässeerkennung einfach durch die Windel gezogen, wie es medizinische auch machen und passt daher nicht so wirklich zum restlichen Aufdruck. Möchte man kritisch auf die Windel blicken, könnte man natürlich genau das hinterfragen, braucht eine ABDL-Windel wirklich eine Anzeige, wie nass sie schon ist? Wahrscheinlich eher nicht, die Windeln halten viel aus und man merkt recht schnell, ob es Zeit für einen Wechsel wird. Ich finde es trotzdem ein nettes Gimmick und es passt gut zum Design. Das zahlt man allerdings auch, bei der Little Rascals V2 beispielsweise bekommt man eine noch dickere Windel mit höherem Saugvolumen für nur 2,69 Euro pro Stück. Dort wird auf wieder verschließbare Kleber aus Plastik gesetzt, das Außenmaterial ist ebenfalls aus Folie und obwohl sie nicht ganz so weich ist wie Tückables, finde ich sie trotzdem angenehm zu tragen, der Unterschied ist auf hohem Niveau. Dafür fehlt ein Nässeindikator bei der Little Rascals komplett und optisch ist sie ganz anders gestaltet, als die Unicorns. Welche Windel die bessere ist, würde ich daher davon abhängig machen, was dir am wichtigsten ist. Gefallen dir Einhörner, Pink und die bunte Gestaltung, wie die Unicorns all das mit verschiedenen Farben auf eine Windel bringt? Dann bist du hier richtig. Das gilt auch, wenn du einen Nässeindikator möchtest oder ihn zumindest schön findest, wenn dir das Design der Windel, in das er eingebettet ist, ohnehin gefällt. Manche von euch mögen lieber Kleber aus Klett. Die haben Vor- und Nachteile. Die Nachteile bemerkt man beispielsweise beim Verschließen der Windeln, hier bleibt nur Knoten übrig. Dazu hatte ich ein eigenes Video gemacht. Klett-Fans sind bei Tückables gut aufgehoben, da die gesamte Marke ausschließlich Klett einsetzt und keine anderen Arten von Klebern. Die Alternativen wie Little Rascals V2 werden dir besser gefallen, wenn du eine maximal dicke Windel möchtest. Es handelt sich bei der Unicorn zwar keinesfalls um eine dünne Windel, sie ist wie gesagt sogar extra breit geschnitten und damit dicker als die von einigen anderen Herstellern. Tiny Tails und Little Rascals bringen aber nochmal einige Gramm mehr an Material mit. Die Tiny Tails ist derzeit die dickste Abidell-Windel. Die Little Rascals V2 liegt zwischen beiden und ist eine gute Alternative, wenn die Motive zweitrangig sind und du eine möglichst dicke Windel zum besten Preis bekommen möchtest. Denn die Tiny Tails mag zwar die dickste Windel sein, dafür zahlt man mit 3,70 Euro einen stolzen Preis, der noch höher liegt, als bei Unicorns. Wie findest du die Tückables Unicorn-Windel? Schreibe es gerne in die Kommentare und wenn du möchtest, kannst du in meine WhatsApp- und Discord-Gruppe kommen, um dich mit anderen Menschen auszutauschen, die auch Windeln tragen. Bleib trocken, bis zum nächsten Video.